Guten Morgen, liebe Gäste der Kinder, die heute in unserer Schule eingeschult werden. Wir möchten heute zusammen diesen ganz besonderen Tag feiern. Dass ich schön lernen kann. Der Chor unserer Schule beginnt mit drei Liedern. Wir wünschen euch viel Spaß. Applaus Hinter der Hexe spielen wir Versteckte und wenn sich befreit, dann steht kein anderes Tor. Lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es großartig. Lass uns nicht so weit in der Schule sind. Es ist wohl ganz schön. Es war eine Piappe, die Dana kommt. Seine Piappe, die Gäste des Sänen wird hier in der Schule. Vielen Dank.